die Schlacht insgesamt eine Viertelstunde die haben auch mal halt hier wieder 25 Minuten Folge oder so um oder ich muss in zwei Parts geht natürlich auch also dass ihr Part 1 vorbei ja und wir kommen zurück und wie soll ich sein Hoffmann und zu so aber jetzt kommt man mit dem Schatten ist Atomkraft reinhaut wenn ich mit drei Schüssen dauernd Tja ist zwar schon was aber Mieter Schatten drei Kostenpunkt und die Sache ist gegessen für mich zumindest also ist und wie viele Erinnerungen zu herumfahren finde ich auch erstaunlich Schuss und positiv so erster Kiel bei uns ich bin zweiter noch oder schon erst lange Komponente hinterher ist der wird mit Sicherheit krepieren so wie ich auch doch nicht und er wird nicht kapiert aber er sitzt ziemlich erster sein ja und ich wurde abgemetzelt von diesem ohne Ole ohne Kohle ja also so ungefähr war es bei dieser Schweiz Schlacht auch um und es ist immer noch ein Thema da geht immer ins Blau auch nur dass sie eine halbe Stunde gingen ja man hat man holt eine Flagge und hat schon nur 150 Punkte mehr als der zweite also wenn man erst logischerweise und der wird jetzt logischerweise hoffentlich kapieren ich hoffe es mal ich hoffe es mal ich wusste und du wirst ja puh mich jetzt nicht killen wollte ich sagen ha ja und noch ein paar Informationen äh gerade zu meiner technischen Lage die ist nämlich nicht so rosig und zwar ist mein USB Adapter ist mal wieder irgendwie warm gelaufen von meinem Headset und funktioniert gerade wieder nicht ich muss mal schauen was ich da noch mache ähm auf jeden Fall habe ich gerade das Headset von meinem Bruder und das hat eine also das nimmt übelst laut auf ja und deshalb habe ich das schon fast weggedreht hier meins ist ja nimmt ja irgendwie übelst leise auf ja aber bei ja auf jeden Fall muss ich da mal schauen was ich da mache na aber dann müssen wir hier alter wir werden hier total abgemetzelt habe ich so das Gefühl ja 203 Punkte mit 2 Kills das ist typisch Flaggen holen hier in solchen Schlachten aber ich werde nicht aufholen und die Schaft wird sterben doch nicht so auch vorhersehbar aber jetzt auch nicht verdammt wie viel Schüsse hält ihr aus 3 stopp verdammt ja wenigstens zwei Kristalle eingesackt und noch ein Kill ach ja ich mag diese Positionen wenn man macht Kills und man kriegt sogar noch Kristalle oh den habe ich jetzt nicht getroffen schade aber das Beste ist natürlich wenn man hier nicht im Spiel das war dumm wenn man hier nicht im Spiel die ganze Zeit Kristalle abräumen will bis auf die Goldbox sondern wenn man den Schlachtfonds abräumt und das mache ich gerade nicht wirklich oh hallo guten Tag wie geht sie denn mir geht es gerade ziemlich eisig ähm Späßchen am Rande ja oh oh wir haben wir schon wieder im Lager im Lager in der Base und wir haben ja da zwei Schafts puh achten der naja ach und an uns für ein genommen komm her Borg 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 guckt euch das mal an Wuhu Mega Heilstrahl muss sie sich um aber ich würde sagen aber ich würde sagen ich backe kann das sein stimmt so glaube ich recht ach dann machen wir uns mal ein Späßchen draus das mal hier backen Borg 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 ich glaube ich sollte neu laden dann sollte mich der andere ein ja ich glaube von da oben mal geil ist doch alles besser neu laden wie laut ach ja ja ich habe mich bemerkt dass jetzt mal wieder in diesem Video machen muss ich bin jetzt schön zu Hause hoffentlich bin ich jetzt nicht letzter ich habe ja leider kein Anknüge und das Video machen können nein mein Freund das ist meins stirbt doch oh man ey ihr sollt doch alles deppen mhm scheiß Freeze naja ja man kann auch Freeze updaten das geht auch und man kann auch mir jetzt die Flagge geben kann es auch versuchen sich wieder aufzurichten und man kann auch sterben und mir dann die Flagge überlassen okay was man nicht alles immer versucht und ich bin noch dritte schade um nur noch sieben Minuten was heißt nur noch guten Tag ich lass mich mal hier vorbei aber ich will nicht selber sterben 20 Minuten also jetzt hier auf den Kommentar bezogen ich frage mich nicht was du vom Rechner hast jetzt hier halt noch so ein IBM mega fettes Teil das nur diese grüne Schrift da hat und was macht die Schaft hier guten Tag küsst die Ding da ist ja auch noch einer guten Tag mein Name ist da und wie heißt du doof 1 ich glaube du bist doof ja pfff ungefähr ach das war ja dumm Prozent nein nein 5 auch man kill dennoch verdammt HM Düns dann ja müssen die Flaggen einnehmen und ist die Kulier noch hinterher weil es ist keine Lust zum Trabermann hat weil sie mit sich ein Teil der Grenner muss und nicht mehr bei mir ist haltet es sind haltet es immer Mangelware weil ich gerade nicht ziemlich wenig schaffte und also als schafft dann richtig wenig komm mal her mein Freund ah verdammt Prozent als Stolz die Haare noch irgendwas soll ich dir jetzt noch ein Halbwerk in Arsch schieben er pflanzt da ruhig noch eine Miene hin interessiert ja kein Schwein Hälfte das ist jetzt nicht euer Ernst der hat drei Schüsse ich bedauern Dankeschön ich bin jetzt hier schon wieder leicht genervt weil ich jetzt nur noch vierter bin wisst ihr was Leute wenn ihr jetzt nicht solche übelsten Blogger seid ja die Drugger sofort bloggen würde meine Strategie sogar aufgehen tschüss und wenn ihr da oben keine Minen gelegt habt sonst bin ich jetzt gearscht Arschkarte ja komm doch Fettsack oh ja oh ja nein keine Isida nein 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 ihr seid behindert Miene oh noch besser verdammt hat die Flagge verloren das heißt sie wird jetzt erobert ja Alter wie lang braucht der oder wartet der ja komm fahr doch mit deinem Twins im 2 hier ja dankeschön alter lol ach so ja 5 5 zu 3 und scheiß Schaft verdammt nicht getroffen alter jetzt holt er sich da die drei Kostelle ich bin ja Schaft okay würde ich auch machen das wiederum hätte ich jetzt nicht gemacht einfach so dumm dastehen und noch gehalten werden und von da oben ist auch noch ein Schaft oder ihr seid doch alles kleine Fettschaft ihr seid doch ganz harmlos und deshalb bams 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 da kommt her Doppel und keiner macht mir Schaden doch jetzt schon kommen wir doch her ooooh das sieht mir noch zu langsam auf hier verdammt und ich treffe nix und dabei habe ich mir alle das reingehauen nicht gut stirbt alter ja und ich schießt nicht ich bin noch sowas von schlau verdammte zu müssen ich habe noch 127 Schutze aber 230 Atomkraft und 207 Nitro und das heißt ich würde sie mal ein bisschen Atomkraft schlau Atomkraft und ich hoffe mal dass ich den Treffen ein bisschen nicht und er trifft mich auch nicht wo ich dann so irgendwie und jetzt habe ich die Atomkraft und keiner ist da auch toll und ich himmel jetzt keinen Kill dann kriegt er Stress kommt her sehr schön und noch die Schaft komm die Schaft muss okay doch lieber die ist sie da hau dir ein Highpack rein hau dir ein Highpack rein mein Freund alles alles scheiße warum haue ich mir ein Highpack rein warum ah da ist eine Mine ihr seid ihr seid Pisser ihr seid Pisser alter da ist noch eine Mine wir haben da alles zu gemint okay scheiß mal raus und ich habe kein Highpack mehr und ich bin nicht Zweiter verdammt ich muss jetzt aufholen ich habe schon wieder kein Highpack mehr ich muss mir nach jeder Runde wieder ein Highpack kaufen damit ich wieder eins habe alter kommt heute stirb ja ich bin Zweiter ich bin Zweiter ich bin Zweiter ich bin kristallgeil nein wehe 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 nein stirb 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 ah der stirbt der will einfach nicht verrecken mann und ich bin ich bin Vierter ich bin Vierter alter ich bin Vierter und ich kann mir nix rein oh nein lass mich durch lass mich durch ich lass mich durch Töten Töten Hush nein 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 schießt schießt verdammte Scheiße ich bin so dumm naja ok hm für diese fünf Kristall das weist naja also verlassen und ich muss jetzt hier mal wieder andererseits vielleicht krieg ich hoffentlich mal irgendwas ja Verbandskasten ja also das war's dann mal wieder für diese Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss